Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich stehe nicht mehr an dem Ort, wo ich vorher war. Ich habe ja gesagt, dass ich schnell Pfeile sozusagen ein bisschen herhole wieder mit diesen Bögen, die ich da gehabt habe. Diese Zweifachbögen, Dreifachbögen. Jetzt haben wir anstatt 80 Pfeile 307 Pfeile. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt so Wächter fotografieren muss, habe ich mir gedacht, ich teleportiere mich einfach mal hier zu diesem Schrein der Hateno-Insel. Da habe ich nämlich gewusst, da ist eine Kraftprobe. Und vielleicht kann ich den dann da fotografieren. Wisst ihr, was ich meine? Um das geht es mir jetzt eigentlich. Ich bin mir jetzt halt nur nicht sicher, ob das zählt. Ob dieser Typ, der da zählt. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal auftaucht. Oh, er taucht auf. Sehr schön. Okay, dann können wir ihn da fotografieren. Machen wir das gleich mal. So, Speiern. Haben wir den zumindest schon mal. Nano-Wächter 4.0. Ja, immerhin. Na gut, den macht man aber jetzt platt. Pass auf, dann zwingen wir uns gleich nochmal was gescheites an. Würde mal so sagen, dass wir hier den gleich mal ordentlich aufs Maul gehen. Oh, ah. Oh, ah. Na gut, was geht es? Na gut, was geht es? Ciao. Ciao, du mir die, ne? Ja. Oh, ah. So, das Master Schwert ist dabei mal weg. Dann würde ich sagen, holen wir uns das Eisschwert. Das Wächterschwert. Ah, apropos, dann könnten wir uns auch vielleicht die Wächter Axt 1 holen. Dann fällt mir so auf. Gut zu wissen. Aber ich glaube, der hat gerade Verwichter Axt 1. Ah, ist wieder zerbrochen. Okay, das ist nicht gut. Wir müssen jetzt ranklotzen. Das war's. Oh, Wächterschwert 2. Naja, gut. Wenigstens haben wir's. Aber gut zu wissen, wo wir dann diese Dinger herbringen, ne? Ähm... Sehr gut zu wissen sogar. Pass auf, da haben wir nämlich jetzt echt gut was. Da müssen wir immer bis zum nächsten Blutmond normalerweise warten. Ah, die Wächter Axt. Wächter... Also, wir brauchen heute am besten ordentlich, wo Axt Plus ist, ne? Also, das ist eine Wächter Axt. Ja. Die will er, glaube ich, sehen, oder nicht? Bin mir mal sicher. Warte mal, wo steht das? Genau, Wächter Axt Plus. Ah, das ist jetzt eine Wächter Axt Plus Plus. Ah, Hass. Okay, wir haben jetzt dort hinten auf jeden Fall schon mal fotografiert. Die Kisten brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ich glaube, wir können jetzt... Können wir einfach wieder rausgehen oder müssen wir da auch nicht mehr hier? Ah, okay. Da können wir einfach auch den Schrein verlassen. Gut, okay. Ist ja alles easy. Dann könnte man vielleicht sogar mal schnell schauen. Ähm... Zu diesen Schreinen, ne? Kraftprobe leichter. Ich mach mal schnell schauen, wenn ich jetzt... Oder ich glaube, wenn ich auf Mittel gehe, oder? Ist doch auch irgendwie so... Kraftprobe mittel. Zu dem gehen wir jetzt, oder mal? Ähm... Und schauen wir mal, ob wir vielleicht auch diese Wächter Axt Plus kriegen. Das ist die große Preisfrage. Ähm... Ich hab das nämlich bis jetzt noch nie so gemacht, dass ich nur mal in den Schrein zurück bringe. Aber klar. Sogar da die Wächter spawnen wieder, ne? Logisch. Ist aber gut. Ist gut. Die anderen... Äh... Wo ich die anderen finde, das ist kein Stress, ne? Diese Fliegenden und Laufenden. Aber die Wächter Axt Plus war jetzt gut. Die braucht man jetzt noch. Definitiv sogar. Ja, 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 ja. So. Das ist jetzt Mittel. Vielleicht hat er da bloß eine Wächter Axt Plus dabei. Schauen wir mal. Bitte lass den mal Axt dabei haben. Äh... Äh... Scheiße, hört er nicht, gell? Oder doch? Na, ist das Schwert, oder? Echt, du fangst jetzt schon? Er fangst jetzt schon zum Dreidl noch. Was ist denn los mit dem? Das war ja wahrscheinlich schon fast gegenüber ist, ne? Na, Gott. Wer meint. Okay, das ist mal nicht schlecht. Okay, jetzt fängt er an. Da kriegen wir mal nix. Echter Schwert Plus. Mist. Mist, Mist, Mist. Können wir von da aus direkt auch nochmal weiter teleportieren? Gibt das? Ach, geht sogar. Schau. Aber da sind wir zumindest richtig mit, äh... mit Plus, ne? Müssen wir halt jetzt nicht irgendwo einen finden. Mit Mittel. Kraftprobe Mittel. Probieren wir den nochmal. Da müssen wir jetzt einfach schnell durch. Weil ich brauche ja Wächter Axt Plus. Äh... Weil die Quest hätte ich schon gerne mal abschließen. Ich weiß auch nicht, was ich dafür kriege. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Geiles dafür. Vielleicht aber einfach auch nicht. Ja? Vielleicht geht die einfach auch unendlich weiter. Kann auch möglich sein. Schauen wir mal, ob der eine Axt dabei hat. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall bleiben wir bei Mittel. Na, was hast du? Ja. Das kann deine Axt plus sein, oder? Na, komm her. Oh, sie zerbricht gleich. Das ist ja gut. Nicht gut. So, dann haben wir gleich. So, dann haben wir gleich. Wächter Axt Plus. Nice. Sehr schön. Schaut euch das an. Da haben wir es. Das Schwert nehmen wir aber jetzt auch mit. So, und hier natürlich noch die Materialien. Und dann kommen wir nach Hateno, Leute. Ich meine, wir brauchen noch ein anderes Outfit, weil... Auf die Outfits reagieren die Leute ja auch immer ein bisschen. Und ich glaube, dort läuft der kleine Bub weg. So, dann ab nach Hateno. Hateno, Hateno, Hateno. Wo haben wir es denn? Ja. Nice. Zum Glück, jetzt weiß ich wenigstens, dass wir da reinkommen. Also, falls der wieder irgendwas mit Plus braucht oder Plus Plus oder Sonstiges. Ist allgemein auch sehr gut zu wissen, falls man mal Waffen braucht. Weil das eher so ein Ding ist, gibst dir eine Waffe her, damit du eine andere Waffe kriegst. Weil die gehen ja dadurch auch ziemlich kaputt. So, da läuft der kleine Bub. Und wir sollten jetzt auch gleich die Wächter-Axt ausrüsten. Hey, hallo. Oh. Hast du da etwa eine Wächter-Axt Plus? Und keine Wächter-Axt oder Wächter-Axt Plus Plus Plus? Du hast dran gedacht. Zeig her. Ja, her, bitteschön. Oh, wahr. Größer als ich dachte. Ähm. Okay. Meine Stimme gerade war lauter, als ich dachte. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Hier, bitte. Wieder. Okay. Was will er denn jetzt sehen? Nimm ruhig. Das war mein Opa. Ein kleines Dankeschön von ihm. Bla, bla, bla. Äh. Also. Es war... Ah, genau. Oh Gott, das finde ich spannend, was das jetzt ist. Eislanze gesehen. Oh Gott. Ja, aber ich glaube schon mal. Okay. Aber Eislanze habe ich natürlich jetzt gerade überhaupt nicht. ne? Äh, es schwert's. Aber Eislanze nicht. Na gut, muss man jetzt hier noch ein bisschen... Ja, muss man halt jetzt einfach mal schauen, ne? So, Gedenksteine haben wir halt auch noch. Wir haben eigentlich noch so viel zu machen, Leute. Ähm. Aber wir haben auch gesagt, wir schauen jetzt erst mal, dass wir noch diese Wächter fotografieren. Und zwar kriegen wir den nächsten Wächter am besten direkt da bei Hyrule, ne? Und Turm aus. Und dann können wir uns weg teleportieren. Easy. Und dann gehen wir sie. Uh. Uncool. Boom, Baby. So, wo haben wir den Läufer? Haben wir ihn schon fotografiert? Sehr schön. Dann, gehen wir gleich weiter zum nächsten. Jetzt braucht die Karte. Ja. Den haben wir natürlich hier auch auf diesen Inseln gesehen. Deswegen gehen wir einfach zu diesem Turm. Da sind nämlich zwei Fliegende. Gibt es natürlich in Arcala allgemein. Dann müssen wir den auch noch fotografieren und dann sollten wir es eigentlich haben. Dann sollten wir auch diesen Schreien haben. Oder dann sollten wir die Kugel freigeben, sagen wir es mal so. Okay. Na gut, jetzt muss ich da natürlich erstmal raus. Und so, und so. Hab ich. Speichern. Sehr schön. Okay, dann kommen wir schon wieder weg. Okay, da war jetzt... Ich glaube schon, dass das wirklich der beste Weg ist, weil von da aus... Der beste Weg war wirklich vom Turm. So blöd wie das klingt. Da könnte man vielleicht sogar Raviolis Sturm hernehmen. Ich glaube, Raviolis Sturm ist da das Beste dafür. Aber das müssen wir schnell wieder richtig markieren. Sehr schön. Dann kommen wir vielleicht sogar bis ganz hinter. Sehr schön. Ausdauer sollt man jetzt ja auch ein bisschen was haben, ne? Und ich flieg, flieg, flieg. Wie ein Flieger, bin so stark. Nein, das ist das Lastmehrzeit. Schauen wir mal, ob ich da jetzt wirklich sehr viel weiterkomme. Ja, da haben wir den Stall. Den haben wir aber schon. Also, wir haben nicht mehr sehr viele Schreine üblich. Es geht jetzt wirklich bloß nochmal ein paar vereinzelte. Bei den Schreinen haben wir jetzt dann auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen... Ja, wir haben ja nur in der Wüste ein paar. In der Wüste, da... Gut, da waren wir ja als erstes Mal in der Wüste. Aber ich glaube, oben... Ich glaube, das ist dann sogar wirklich das letzte Gebiet. So wie ich das sehe. Definitiv. Ja, gut. Hm, was heißt's? Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Wir haben da nämlich noch andere Schreine. Aber ich weiß nicht, ob ich da so einfach hinkomme. Müssen wir mal schauen. Was sagt's nochmal da an? Ah, okay. Ah. Mhm, mhm, mhm. Okay. Alles gut. So, du wolltest jetzt Fotos sehen. Gott, wie groß... Also... Weiß ich nicht. Schau mal, wie sie die Kugel streichelte. Oh, Hannibal. Kräm dich nicht. Ich verlass dich nicht. Außer, ich könnte dafür... Ich verlass dich, wenn ich irgendwas anders... Wenn ich drei Fotos ziehe, dann verlass ich die. Was? Spricht da jemand? Mir zeigen Wächter? Hey du, lass Hannibal und mich in Ruhe. Ja. Uh. 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 Ein fliegender Wächter. Wie schaurig schön. Ein kleiner Wächter. Äh. Sieht für seine Größe ganz schön gemein aus. Ja, wie niedlich. Moment mal. Du hast mir schon zwei Arten gezeigt. Dann ist das... Ein laufender Wächter. Es gibt wohl kaum etwas gefährlicheres. Was für... Äh. Was für einen Augenblick. Ich weiß nicht. Ich finde die Fliegenden viel schlimmer als die Laufenden. Hm. Du, äh. Gib mir diese Tafel. Ich will sie mir jeden Tag ansehen. Das geht nicht. Nein? Oh. Das ist schade. Da muss ich mir die Bilder wohl besonders gut merken. Ich mag die Kugel haben. Hä? Hannibal, die olle Kugel? Nimm ihn ruhig mit. Alter. Ich freue mich jetzt von den Wächtern. Da brauche ich ihn nicht mehr. Alter. Irgendwie hasse ich die Frau. Also. Die ist zwar bloß ein Ball. Aber einfach so. Einfach so. Stopp. Wow. Ah ja. Ein Vieh darfst du jetzt irgendwo drinstecken. Hannibal. Und weg ist sie. Mhm. 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 Krass, Leute. Wir haben echt bloß noch ein paar vereinzelte Schreine. Wir sind noch echt durch mit denen. Huh. Na dann. Wird aber wahrscheinlich jetzt auch die Prüfung gewesen sein, oder? Vielleicht. Na gut. Im Grunde war ja die Kugel daneben gewesen. Schwierig. Da ist es tatsächlich noch. Da muss ich echt noch was machen. Ei, 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 ei. Uh. Mein Name ist Shita Tanke. Okay. Kraftprobe. Mittel. Okay. Ja, gut. Easy. Da haben wir da nicht so das Problem. Mittel kriegen wir hier. Schwer kriegen wir hier. Was regt ihr denn eigentlich? Kriegen wir alles hier. Äh. echt jetzt schon haben ja bohr pfeile das war's mein Freund sehr schön ja dann holen wir uns gleich mal das Zeichen der Bewährung ab sehr sexy Königsschwert also Königsschwert lasse ich ungern liegen weil das einfach das Einhandschwert eigentlich echt eine gute Waffe ist äh 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 öh ach so ich dachte schon ähm das zerren wir weg ganz ehrlich zerren wir die weg auf jeden Fall das nehmen wir uns mit das ist ganz gut sag mal ich schon wieder drei Zeichen oder oder sind es vier schon ich weiß gar nicht bin ich mir nicht sicher du ah vier easy da muss ich schon wieder ein Herz holen jetzt geht's halt drum na lassen wir uns gleich nur mal einen neuen Schrein suchen und zwar wir haben uns den hier suchen der müsste halt eigentlich da sein das heißt wir werden wieder von hier aus einfach rüber segeln glaube ich ist am allergescheitensten ne okay war es mal gerade ein bisschen kalt na gut aber macht nix wir werden jetzt diesen Schrein da besuchen wir müssen auch noch irgendwann mal in diese Urne Quest machen wo wir die Leute da befreien müssen wenn es da nicht sogar irgendwo in der Nähe ist da müssen wir mal ein bisschen die Karte absuchen weil der vermisst irgendwie vier seiner Freunde jetzt geheißen na ich glaube dass ich da sogar ganz gut hinkomme das ist bloß die Frage wo jetzt dieser Schrein ist ist der unterhalb ist der oberhalb das ist jetzt so die Sache ne aber die ganzen Schreine wo wir sagen die sind eigentlich schon ganz gut versteckt also so offensichtlich findest du die eigentlich jetzt nicht mehr neben mir bin ich eigentlich schon froh dass da auch so eine interaktive Karte gibt ne okay warte mal hier sieht man was okay 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 also was ist los voll macho und beugen und strecken das hier ist unser alter ehrwürdiger Abhärtungs-Arena hier lassen wir drei Brüder unseren Ausdauerhärtetest stattfinden ich hab ganze Ausdauer ähm hier brennt die Luft wir wollen noch härter werden deswegen schauen wir wer von uns die größte Hitze aushält oh dass ein Gronen so schwitzen kann obwohl wir Gronen sind vertragen wir Hitze nicht besonders wir wollten mal eine andere Hitze als die in Gronen ausprobieren daher sind wir zum Abhärten hier hergekommen äh was ist mit dir mach mit unser Ausdauerhärtetest ja ja probier's starke Antwort ein Kerl wie du ist ja ein ganzer Kerl wenn du soweit bist kletter in die Arena dann kann der Ausdauerhärtetest losgehen naja gut also wenn ich jetzt in die Ozean komme aber ist jetzt glaube ich eine andere Hitze wie in Gronen haben sie gesagt da brauche ich vielleicht das da maybe wenn du aus der Arena kletterst wegfliegst oder gar schlapp machst dann verlierst du und jetzt legen wir los Ausdauerhärtetest keine Ahnung naja also bei mir ist alles gut wir sind alle drei schon schwächeln was ist das mit euch eins du bist der zweite oder tschüss Opa bist du das gute Nacht ja andere Hitze das ist nämlich diese Hitze der Wüste tja ich glaube das haben wir geschafft du bist hart wie Diamant hätte nie gedacht dass uns jemand schlägt hiermit verleihe ich dir das Recht dich dem Ausdauerhärtetest auf der höchsten Stufe zu stellen dabei haben sich früher unsere Vorahnungen abgehärtet es erwarten dich der härteste aller Ausdauerhärtetests siehst du den Bereich mit den Flammen hinter mir dein Instinkt sagt dir dass das eine blöde Idee ist oder da würde ich sagen du hast einen spitzenmäßigen Instinkt für den ultimativen Ausdauerhärtetest musst du in die Arena klettern diesmal legen wir noch ein paar Kohlen drauf jetzt geht es nicht mehr gegen Hitze jetzt spielst du mit dem Feuer wenn du nicht aufpasst gehst du in Flammen auf also bereite dich gut vor es heißt wenn man dort oben beweist dass man abgehärtet ist kann man sich einer Helden berufen stellen wenn du hart genug bist dich dem ultimativen Ausdauerhärtetest zu stellen dann klettert auf ja gut ist halt jetzt schwierig was ist das du besitzt feuerfeste Ausrüstung solche Hilfsmittel solltest du dich nicht verlassen stell dich der Hitze so wie du bist ja schwierig ja also ich werde bestimmt Brenner aber ich glaube geschützter bin ich schon wenn ich die trage glaube ich mal probieren wir es aus was ist das du bist achso soll ich Hilfsmittel sonst solltest du die stell dich achso so wie ich bin ok also na gut pass auf dann machen wir es aber anders was ist das da machen wir das und haben wir nicht sogar noch irgendwas so zum essen das wohl irgendwie äh ja das da ne autenschutzmedizin trinken easy sollte gehen oder wenn du da oben stehst dann meinst du es wohl ernst die regeln sind dieselben wenn du die arena verlässt wegfliegst oder gar schlapp machst ist Schluss jetzt legen wir los ultimative Ausdauer der test schauen wir mal ja gut ich habe brandschutzmedizin ich kann auch nackert da stehen ich weiß natürlich jetzt nicht wie lange ich da stehen soll die trauen schon voll durch wie Lava mir geht es gut Leute du bist unbesiegbar ich stehe halt einfach nur da na gut haben wir geschafft ja großartig was für ein Kerl was für ein Kerl ja cool warum auch immer auch wenn mir da dieser Schrein rauskommt aber hey ist ja auch okay das dürfen wir ja machen nun denn gut die Legende ist zwar ich habe den Schrein gemacht ich frage mich natürlich bin ich jetzt schon fertig oder bin ich nicht fertig das ist die große Preisfrage schauen wir mal hinein normalerweise wäre ja dies dann schon ein guter Test gewesen eigentlich sag ich jetzt ihn mal na es kommt tatsächlich nur was willkommen willkommen Pilger mein Name ist Junishi im Namen der Göttin Hülya sollst du geprüft werden na dann okay was kann man da machen das ist gar nicht mehr so easy das ist ja alle unzünden oder okay mal schauen die Kontrolle ist nämlich gerade mit dem Kabel verbunden von dem her es ist immer ein bisschen schwierig nicht dass ich da einen Knoten durchmache oder eine bringen oh je oh je oh je ach so mhm dann muss man da schauen wo es rauf muss ne dass wahrscheinlich alles geht auf einmal ich glaube ich werde den so hinstellen müssen na wenn ich das aber so mache geht sich genau ums Arschlecker nicht aus gell okay aber pass auf dann könnte ich doch einem was sagen okay das wird gar nicht mehr so leicht glaube ich es sei denn noch den das muss jetzt mal schnell testen das muss jetzt mal schnell testen da muss ich mich da noch mit drauf stellen aber dann schauen wir uns mal wenn jetzt dann danach noch mehr Raum kommt dann müssen wir den halt in der nächsten Folge weitermachen was glaube ich sogar definitiv passieren wird ne da machen wir mal da und jetzt jump mal drauf jump around jump around okay da geht es echt nochmal weiter aber Leute dann werden wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge machen wenn wir sozusagen jetzt auch die letzten Schreine da machen also ein bisschen was haben wir nur am Schreinen aber nicht mehr viel hoffe euch hat die Folge gefallen hoffe ihr seid es natürlich in der nächsten Folge wieder dabei und da wünsche ich euch jetzt nur auf jeden Fall einen Schreinen-Doc ne oder gute Nacht je nachdem war uns das so Schatz ich wünsche euch was ne bis zur nächsten Folge Habi die Erde